moin sind liebe youtuber hier zu einem kleinen video die freitag der 13 8 movie collection mit 8 sammelkarten dabei hat transport schaden also ich hatte jetzt von diesen boxen drei stück in der hand ich blende euch jetzt gleich mal ein bild ein da fliegen plastikteile rum ja wie kann dann sowas passieren und für 49 euro 99 ist das echt ärgerlich ja es ist echt nicht schön und ja wenn ihr euch diese box gekauft habt gibt mir doch mal bitte bescheid ob das bei euch genauso ist hier wird sie noch mal eingeblendet hier seht ihr ganz genau ein plastikteil was da drin liegt und das habe ich jetzt bei drei boxen bei mediamarkt gehabt und dafür ist der preis echt nicht gerechtfertigt also vielleicht gibt es da ja noch austauschexemplare das wollte ich euch nun mal wissen lassen